Polizei Korschenburg, hallo? Ist die Polizeiwache zu? Hallo? Es klingelt schon seit fünf Minuten bei Ihnen. Wenn keiner da ist, gehe ich wieder, gerne. Aber ich würde gerne mein Tablet wieder haben. Das Tablet S6 Lite von Samsung. Da waren Sie ja wegen dem Sonderheilskommando da. Sie haben gesagt, wir brauchen das Tablet. Ich habe gesagt, nehmen Sie es ruhig. Ich kann beweisen, dass ich die Polizei nicht aufgenommen habe. Ich habe das Recht, mein Tablet wiederzubekommen. Bitte machen Sie die Tür auf. Man hat mir gesagt, dass mein Tablet hier ist. Bitte machen Sie die Tür auf, Polizei Korschenburg. Sie haben mein Tablet. Es klingelt immer noch an der Tür, Polizei Korschenburg. Es scheint keiner da zu sein hier. Guten Tag. Polizei Korschenburg, ist hier jemand in der Wache? Im Landrat des Rheinkreises, als Kreis, Polizeibehörde. Ja, ich bin mal wieder ganz ruhig. Kinder sind hier. Wir wollen kein Kinderschreck sein. Aber ich möchte mein Tablet wiederhaben. Mein Tablet. Oder ein Beschlagnahmungsprotokoll. Habt ihr mir noch nicht geschickt? Wolltet ihr noch mal nachholen? Beschlagnahmungsprotokoll. Wir gehen mal weiter. Entschuldigen Sie die Lautstärke, meine Damen und junge Familie. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir stehen vor der Rheinkreisbehörde Neuss und die machen die Türen nicht auf. Ich weiß nicht wieso. Aber die haben mir vor fünf Wochen mein Tablet abgenommen. Ah, alles gut. Alles gut. Scheint keiner da zu sein. Aber vorgestern hat ein Kollege hier sozusagen gesagt, ach, gehen Sie ruhig rein. So, alles gut. Kinder sind da. Wir sind Kinderschreck. Gut, dafür geht mein Herr. Alles gut. Nehmen die Kinder bloß nicht aufmachen. Nur mich aufnehmen. Alles gut. Ja, das ist nur eine Show, Bruder. Nur eine Show. Die haben ein Tablet. Die haben gesagt, wir brauchen Ihr Tablet, Herr Jilmast. Hab ich gesagt, Tablet können Sie haben. Ich habe geliehen. Und jetzt wollte ich es zurückhaben, sozusagen. Ja, da ist ein Kinderwagen. Alles gut. Finanz ruhig. Kein Kinderschreck sein heute. Tschüss, junge Damen und Herren. Oh, ein Baby. Selbstsam. Ich stehe vor der Polizeibehörde und niemand lässt mich rein. Ich weiß nicht wieso. Hallo? Klingelt das eigentlich immer noch. Ich weiß nicht. Klingel immer noch. Warte, ich nehme das Klingel mal auf. Na gut, dann gehen wir weiter. Polizeikreis Landrat des Rheinkreis Neuss als Kreispolizeibehörde. Aber mein Tablet möchte ich schon wieder haben. Das ist ein Samsung-Gerät. Das ist ungefähr 330 Euro wert neu. Tschüss, Aldi. Vier Sterne wegen der Papiertüte letztens. Okay, Aufnahme wenn. Wenn.